Hallo und Willkommen zu Comedy TV's Vlogged. Okay, das sollten wir mal lieber nicht machen. Letzte Folge waren wir... Entschuldigung, da war gerade ein kleines Kind und hat uns unterbrochen und wollte rutschen mit uns. Okay. Letzte Folge waren wir bei der Edeka und haben Jyps gekauft. So kräftig. Wir machen jetzt Werbung. Jetzt kriegen wir Geld. Jetzt soll ich es gehen. Wee. Was ist denn jetzt irgendetwas? Nein, wir sind hier irgendwo auf dem Berg. Wir sind hier, wenn Edeka mitkommt. Die ist Edeka. Nein, ich will das noch ins Internet stellen. Und ich möchte kein Geld von diesem Supermarkt. Voll abgerutscht auf dem Stein. Hör auf, Ma. Maria. Nee, du weißt gar nicht, Maria. Du heißt Pisse. Blüten. Blüten. Oh mein Gott. Und meine Eckstein. Kaka-Wurst. Kaka-Wurst. Wow, da drüben ist diese geile Rampe. Zoom, 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 zoom. Oh, Edeka. Nein. Ich habe dich aufgenommen. Jetzt stelle ich das ins Internet. Gib mir Chips. Jetzt gib her! Ich filme gerade, gell? Ja, wir sind ja noch am Link da! Nee! Er meinte Ritterwurst. Kackwurst. Oh, Wasser! Ey, mein... Wir werfen das jetzt so einen alten Mann im Garten auf den Kopf. Nein, komm! Lass die da die Rampe runterrollen! Dieser Mann möchte aufgrund Privatsphäre nicht gefilmt werden. Schau, der filmt! Hier! Hier ist die Ritterwurst! Und die Ritterwurst! Oh, scheiße, die Rampe! Jetzt zeig ich euch mal die Umfangsworte! Von diesem... Jetzt sag ich! Wie weit schießt? 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 Keine Ahnung. Schon drei Minuten und zwanzig Sekunden. Wir landen Säger vom Netz! Wir sind selbst in meinem Eger! Wir sind so okay! Tschüss! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!